Es kommt sicherlich auch darauf an, wie schnell sich die Konjunktur erholen wird von den Schocks des Jahres 2020. Sie haben vorhin schon W-Formation, V-Formation angesprochen. Es gibt auch U-Formationen und ich glaube L-Formationen und Badewannen-Formationen, was auch immer. Herr Weber-Sinke, wie sieht hier Ihre Erwartungshaltung für 2021 aus? Was sagen die Frühindikatoren? Ja, also wir leben natürlich genau mit den Corona-Infektionszahlen. Das ist einfach so, weil bis der Impfstoff kommt, sind wir in der Hand von Corona. Das heißt, Teilstillegungen der Volkswirtschaft, natürlich hinterlassen die Bremsspuren. Das ist doch überhaupt gar keine Frage. Wir versuchen es intelligenter zu machen als bei der ersten Welle, wo wir alles stillgelegt haben und diese gigantische Rezession damit ausgelöst haben. Also differenzierter, aber in diesen Wintermonaten weiter mit angezogener Bremse. Das ist schwierig, aber der Impfstoff wird kommen. Wir wissen allerdings, es dauert. Wir brauchen ja drei, vier Milliarden Ampullen-Impfstoff. Das ist eine Menge, die kriegen wir nicht in vier Wochen. Produziert, abgefüllt und auch noch injiziert. Das heißt, das wird Monate dauern. Ich bin auch sehr gespannt, wer da zuerst dran ist. Die Impfkommissionen haben da ethisch wirklich herausfordernde Fragen vor sich. Verzögerte Verbreitung des Impfstoffes heißt aber auch verzögerte Erholung der Konjunktur in 2021. Also schnell runter, aber allmähliche Erholung in 2021. Vielleicht hilft es ja auch, dass wir allesamt noch etwas beruhigt werden durch Kurzarbeitergeld, gerade in Deutschland. Viele nennen das übrigens auch schon Helikoptergeld, weil es einfach so gezahlt wird und bis zu 87 Prozent gezahlt werden kann. Und das bis zum Jahresende. Wir sehen auch zurzeit immer noch, ich sag's mal salopp, das Gesetz zur Insolvenzverschleppung. Also man muss Insolvenzen nicht anmelden. Und wir sehen jede Menge Staatsgeld für die Lufthansa, für TUI beispielsweise, für Adidas haben wir auch Gelder gesehen. Das ist alles gut und richtig in der Krise gewesen, im Frühjahr schnell zu reagieren. Ich glaube, da sind sich alle einig, Herr Professor Weber-Sinke. Aber ist das auch im Jahre 2021 noch wichtig? Also bis zum Impfstoff ja, danach bitte nicht mehr. Weil das ist das große Problem in unseren Gesellschaften. Wir gewöhnen uns an Hilfen. Und es gibt immer noch jemanden, der noch Hilfe braucht. Das ist auch überhaupt gar keine Frage. Aber was hat uns in Deutschland diesen Spielraum gebracht? Dass wir konsolidiert haben. Die berühmte schwarze Null, sie wurde belächelt als Fetisch und was weiß ich abgetan. Es war wichtig, denn jetzt haben wir Handlungsspielraum. Antizyklische Fiskalpolitik und dann aber auch richtig mit Volumen ist goldrichtig. Aber wir müssen, wenn der Impfstoff da ist, zweite Hälfte 2021 wieder konsolidieren. Wieder die verschiedenen Dinge zurückfahren. Das wird mühsam. Überhaupt keine Frage. Und leider vielen unseren Partnerstaaten in der Europäischen Union gelingt das ja nicht immer. Stichwort Italien, die gar nicht konsolidiert hat. Ist es dann aber nicht vielleicht fast schon zu spät, Herr Weber-Sinke? Denn wir sehen ja seit Jahren schon, seit der Lehman-Krise und nach der Staatsschuldenkrise, Null- und Negativzinsen. Das ist ja nie besser geworden. Die Notenbanken haben immer neue Pfeile aus dem Köcher geholt. Und man fragt sich, wie lange geht das so noch gut? Punkt eins. Punkt zwei. Eben die Unterstützung der Menschen, der Industrie. Die wird damit nicht mit dieser Alimentierung einer Zombifizierung der Wirtschaft in Deutschland, aber auch anderswo, Vorschub geleistet. Ja, die Zombie-Unternehmen sind ein Problem. Weil wir verlängern das Leben, um die Krise abzufedern. Das macht Sinn. Aber wir brauchen ja diesen Prozess der Transformation. Wir sind in einer gigantischen digitalen Transformation in ganz vielen Branchen und Bereichen. Transformation heißt aber, es gibt Gewinner und es gibt Verlierer. Und das müssen wir auch zulassen. Das klingt jetzt immer makroökonomisch sehr einfach. Ich verstehe, dass es für die betroffenen Unternehmen der alten Ökonomie und den Mitarbeitern bitter ist. Überhaupt keine Frage. Aber wenn es uns besser geht, dann gelingt ja auch die Transformation, der Wechsel des Arbeitsplatzes. Dass die Investoren zu neuen Geschäftsmodellen hingehen. Und das sehen wir ja schon. Vergleichen Sie einfach mal eine Royal Dutch und eine Microsoft in der Wertentwicklung. Dann sehen Sie die Transformation unserer Gesellschaft, unserer Volkswirtschaft. Also worauf kommt es jetzt an, Herr Weber-Sinke? Kommt es darauf an, dass wir uns angucken, was die Chinesen machen in Sachen Infrastruktur mit der neuen Seidenstraße beispielsweise. Oder auch mit der Digital Roadmap von Singapur. Da passiert sehr viel. Da spüren wir sehr viel Momentum. Da geht sehr viel voran. Ist es das, was auch Deutschland braucht? Absolut. Wir brauchen diese Transformation. Also ich verstehe, dass die Mehrzahl der Bürger sagt, bitte keine Veränderung. Wir haben doch genug mit Corona zu tun. Aber keine Veränderung in einer Wettbewerbsgesellschaft weltweit heißt Wohlstandsverlust. Wir müssen diese Transformation hinbekommen. Und wir haben doch das Know-how. Wir haben die Fähigkeiten. Wir werden ja beneidet von vielen auf dieser Welt, wie viele finanzielle Möglichkeiten, aber auch wie viel Know-how wir haben, wie stark unser Ausbildungssystem ist. Wir müssen diese Kräfte aber laufen lassen. Wir dürfen sie nicht behindern, sondern wir müssen versuchen, jedem, der sagt, ich mache was. Startups, Gründung, Startups, Innovation, die müssen wir fördern und voranbringen, damit uns diese Transformation gelingt. Innovation führt uns aus der Corona-Krise auch heraus, natürlich. Ihren Optimismus in allen Ehren. Ich würde Ihnen gerne folgen, aber wenn ich mir die Marktkapitalisierung der 100 stärksten Unternehmen der Welt anschaue, finde ich, SAP irgendwann unter ferner liefen. Und ich weiß, dass jedes große Tech-Unternehmen aus Amerika, egal ob Apple, Facebook, Alphabet, Amazon, wie sie alle heißen, wertvoller ist als der ganze DAX zusammen. Also so ganz kann ich Ihrem Optimismus nicht folgen. Corona verstärkt die Transformation. Wir waren doch vorher schon drin. Die Autos, die Ölkonzerne, wir haben sie angesprochen, der Handel, natürlich, im Bekleidungsbereich, das war alles schon vor Corona nicht mehr wirklich gut. Viele hatten die Hoffnung, dass durch die Gewinne mit den alten Produkten der Wechsel in die neue Welt gelingt. Und dann kam der Corona-Schock und plötzlich fehlen mir diese Gewinne und jetzt wird es für einige eng. Und dementsprechend haben wir natürlich auch Unternehmen, das Stichwort Zombie-Unternehmen fiel ja schon. Wir haben da keine Alternative. Wir müssen schon diesen Weg gehen. Wir können nicht sagen, die Autohersteller sollen einfach weiter Verbrenner produzieren, das wird schon irgendwie klappen. Nein, nein, wir müssen diesen Transformationsweg gehen. Das muss nicht Elektromobilität alleine heißen. Wir sind ja ergebnisoffen. Wer weiß, was da noch alles an Innovationen auch kommen wird. Aber wir müssen sie zulassen. Also die Beharrungskräfte verstehe ich. Wir sind ja in Europa eher ältere Volkswirtschaft, wohlhabende alte Volkswirtschaft. Wir wollen nicht so viel Veränderung. Aber wenn wir unser Niveau halten wollen, brauchen wir die Veränderung und müssen sie auch zulassen und auch fördern. Geht das mit dem Personal, das wir haben? Ich will die Politik ausklammern, weil wir ja hier im Kapitalmarktausblick sind. Aber mit dem Personal, was wir in den Unternehmen sehen, brauchen wir, um es mal konkret zu machen, brauchen wir mehr Führungspersönlichkeiten eines Elon Musk, der mit unglaublich viel Innovation, fast spinnerten Gedanken, könnte man meinen, vorangeht und bisher durchaus erfolgreich war. Also ein guter Vorstand, gute Managementqualität, sagen wir immer, braucht Diversity. Das heißt, ich brauche in einem Vorstand viele Charaktere. Ich brauche auch den Visionär, selbstverständlich. Sonst können Sprunginnovationen ja gar nicht kommen. Wir reden immer wieder von Sprunginnovationen, die uns schneller voranbringen. Vielleicht ist Corona da ein Auslöser. Also wir brauchen auch ein paar Elon Musks, so verrückt er manchmal auch ist, vielleicht in etwas milderer Form. Aber wir brauchen diese Ideengeber. Wir brauchen aber auch die, die das konkret umsetzen können. Weil das ist, glaube ich, jetzt nicht seine Stärke, in die Niederungen der Details hineinzusteigen. Also wir brauchen in den Führungskräften, das war ja Ihre Frage, wirklich diese Mischung. Verschiedene Fähigkeiten, die dann dazu führen, dass die Transformation wirklich gelingt. Er bemerkt das, glaube ich, auch gerade mit dem Bau in Grünheide, der neuen Tesla-Fabrik in Brandenburg, wie das in Deutschland ist, dass es nicht ganz so ist, wie er es sich möglicherweise vorgestellt hat. Aber er ist ein Visionär in der Tat und abschließend möchte ich mit Ihnen auch, naja, Visionen ist vielleicht zu viel gesagt, denn wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber wenn wir jetzt Visionär ins Jahr 2030 reisen, Herr Professor Weber-Sinke, wie glauben Sie, werden wir dann auf das Börsenjahr 2020 zurückschauen? Also das geht in die Geschichte ein, überhaupt keine Frage. Der Corona-Schock, der Corona-Jahrgang werden wir später sagen. Es hat ja auch gesellschaftliche Spuren hinterlassen. Also das, wir werden noch lange darüber nachdenken, aber wir werden am Ende gelernt haben, wie wir mit Pandemien umgehen. Das ist ein schmerzhafter Lernprozess, überhaupt keine Frage. Wir werden uns auch das Börsenjahr uns anschauen, Volatilität auf neuem historischen Hoch. Aber 2030 haben wir den nächsten exogenen Schock, ganz sicher. Wie er dann heißt, wir wissen es nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Optimismus verbreitet, aber wir interpretieren einfach mal, dass aufgrund der langanhaltenden Negativzinsen die Aktie, die Immobilie, auch das Gold, also der Dreiklang, auch Sachwerten interessant bleiben wird. Auch über das Jahr 2020 und 2021 hinaus, Herr Professor Weber-Sink, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich heute hier mit uns zu treffen. Und für alle diejenigen, die eben keine Veranstaltungen besuchen können, diesen virtuellen Jahresausblick zu geben. Herzlichen Dank dafür. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund. Dankeschön, Herr Brand.